Hey Leute, ich ist Aldemar. Weiter geht's mit Desperados. Wir haben jetzt Doc McCoy kennengelernt. Und los geht's. Er Charakterwechsel. Maus. Rechts Maus ist das so. Der Hinterhalt kam wie erwartet. Oh, kannst kaum erwarten. Typisch Banditen. Okay. Das schaffe ich allein. Vielen Dank. Oh, er kann eine Tasche werfen, um Wache anzulocken. Alle können irgendwie was werfen. Anschließend muss er sie zurückholen. Einige Gashorle blendet Gegner, die eine Tasche öffnet. Anschließend werden sie Situation untersuchen. Okay. Äh. Okay. Mitten durch die Hölle. Was zum? Oh, oh. Das gibt's doch nicht. Hat mir schon oft den Hals gerettet. Ach, die können aber nicht sehr weit werfen. Geladen und bereit. Wir werden euch schon... Wen haben wir denn? Okay, die Männer. Die haben sich gut versteckt. Teufel. Boah, das war jetzt aber echt schlecht. Hey, das ist unfair. In Ordnung. Komm, fall in die Schlucht. So, jetzt aber. Normalerweise arbeite ich allein. Also mit Rechtsklick, äh, ist schon echt kompliziert. Irgendwelche Ideen hierzu. Ich werde meine Tasche als Köder benutzen. Sie verstecken sich und lernen dazu. Ach, die müssen hier irgendwo sein. Keine Überraschungen mehr. Klare Sache. Oh man, rechte Maustaste ist echt... Ach, eins, zwei. Ich seh schon. Ja, ich seh schon. Speichern. Colts... Bundlein Special. Mit Fernrohr. Okay. Auf der Klippe ist ein Ausguck. Ich werde ihn von hier aus erledigen. Das will ich sehen. Ich hab da so ein Gefühl. Big N hat's mal wieder geschafft. Meine Spezialität... Verdammt will ich sein. Cold Bundlein Special. Schaft und Patronen. Eine Spezialanfertigung. Und los. Den Anführer übernimmt. Ich hab ein paar Tricks hier drin. Aber ich geh jetzt auf jeden Fall besser. Guck mal, Stromleitung. Dann legen wir mal los. Auf geht's. Nein, nicht da lang. Ach, das ist die Leiter. Die Zeiten des Kletterns liegen hinter mir, Mr. Cooper. Naja, wir finden schon eine Lösung. Ich hoffe, sie kann auch mit der Strickleiter klar, Mr. McCoy. Dr. McCoy, wenn ich bitten darf. Dr. McCoy. Das ist cool, wie die interagieren. Ist gut. Gefällt mir. Dachte ich mir schon. Okay. Okay. Los geht's. Los geht's. Aber das ist eine Hütte. Ist hier irgendwas Besonderes? Was war das? Haar, ne? Highlighten heißt nix. Okay. Ich wette, die lassen sich Zeit mit. Ich habe das richtige Werkzeug dabei. Ich muss das mal mit der Tasche ausprobieren. Obwohl man ja spielen kann, wie man möchte. Der Laden und bereit. Wer will einen Druck riskieren? Überlassen sie das mir. Was glaubst du, wie lange wir noch haben? Ach, schon lange. Es ist keine Alkommung, also können wir uns Zeit lassen. Ha, klasse. Das war echt. Daumen auf. Seine Freundin wird nach ihm schauen. Auf geht's. Gleichberechtigung. So. Na los. Die nehm ich. Schön schwer. Und wo soll das hinführen? Okay, das sind noch zwei. Kommen Sie mir nicht in die Quere. Und er kann verbinden. Wer braucht einen Arzt? Hat er das nur einmal vielleicht? Für eine Gewand zu finden? Ah ja. Sieh mal einer an. Ein richtiger Arzt. Tun Sie nicht so überrascht. Okay. Ich geh mal dahinter. Wo ist der denn hin? Ah ja, siehste. Ich brauch nur ein paar Sekunden. Hm. Cooper ist schon der Beste. Okay, ich mache. Abstechen. Braucht etwas. Augen aufs Ziel. Ist das richtig? Das war cool. Oh, scheiße. Mach schön den Kopf runter. Oh, da war ja noch einer. Ich mag die Speichermeldung. Tatsächlich. Verstanden. Sehen Sie den mit dem Poncho? Das hatten wir eben doch schon mal. Die, die Ponchos tragen, lassen sich nicht täuschen, ne? Okay. Der wird sich nicht unnötig bewegen. Und das wissen Sie, weil... Vertrauen Sie mir. Ich kenne diese Typen. Mach schon. Sie haben noch einen Schaden? Schrauben, Brüche, Schusswunden. Ich musste eh mal raus. Feine Sache, danke. Kein Problem. Wie war das nochmal mit diesem Taktikmenü? Auf welcher Taste war das nochmal? Auf Caps Lock, auf Shift. Ah ja, Shift. Also. Wir müssen aber hier nichts Krasses machen. Wie der geguckt hat. Meine Güte. Was macht der denn mit der Spritze? Spritze, schaltet Feinder aus nächster Nähe aus. Wer braucht eine Spritze? Probieren wir mal aus, ne? Augen auf. Wieder im Geschäft. Ganz schön schwer. Äh, äh, äh. Äh. Machst du extra langsam oder was? Wer nicht unterwegs? Wir brauchen den Schlüssel für den Tresor. Showtime-Mode. Ja. Ja. Abstechen und werfen. Das habe ich gerade gemacht. Oder wollte ich machen. Achso. Achso. Okay. Und wo ist der Haken? Wollen wir uns ein paar Banditen? Ich kann sie schon riechen, wie sie sind. Das müssen wir leise erledigen. Ich nehme den einen, sie den anderen. Wie läuft's? Auf geht's. Na los. Ich weiß, dass er ihn hat. Ach, Umschalt. Typisch Banditen. So. Kurz und schmerzlos. Der Hinterhalt kam. Das wirkt genau mein Gedanke. Hass für die Geier. Schon sehr geil. Oh, Tresor. Wollen wir den knacken? Gut. Ich würde mich da besser raushalten. Ah. Okay. Ja. Die Passagiere könnten unsere Hilfe gebrauchen. Warum Zeit vergolden? Lassen Sie uns weiterreisen. Mann, der ist aber egoistisch. Ihr gebt uns besser alles, was ihr habt. Sonst filzen wir nachher eure Leichen. Okay. Und wo soll das hinführen? Was denn? Ah, das riecht nach Ärger. Was gibt's? Klare Sache. Bald werdet ihr Big N treffen. Seid ihr schon aufgeregt? Okay. Da ist einer. Äh. Gehört die dazu? Zivilist. Aha. Und das ist noch ein Schütze. Jetzt wird's interessant. Okay. Okay. Tut mir leid. Ich muss erst mal hier... Mach schon. Die könnte ich noch wegmachen, oder? Oh meine Güte. Showtime. Hände ruhig. Überlassen Sie das mir. Oh, ich nicht stehen bleiben. Hände ruhig. So. Das sind noch zwei, ne? Cool, das ist cool, das ist ziemlich cool. Ich bin der Beste. Eine Leiche! Oh nein, das ist ein Alarmhäuschen, ne? Stimmt, da müssen wir drinnen zurück, um Verstärkung zu holen. Guck mal, da sind drei Verstärkungen drin, aha. Oh Mist. Aha, da müssen wir lang. Äh, okay. Achso, die Leute gucken auf Leute, die passieren. Trotzdem brauchen wir noch das Dynamit, um den Tunnel freizulegen. Das ist leicht. Wir begeben uns langsam nach oben. Willkommen nur mal her. Das sind drei. Das sind Steine. Oh, da ist eine Patrouille. Steine zum Sprengen. Oh, das ist schon ziemlich cool. Also, das macht mir grad ziemlich viel Spaß. Oh, das ist ne Kiste. Drei Schuss für den Scharfschützen. Achso, Munition ist auch fast leer. Ah, okay. Okay. Quick Save und los geht's. Ich könnte alle da drunter locken. Scheiße. Oh, oh. Ich brauch nur ein paar Sekunden. Wechselgeldgefällig. Jetzt geht's. Braucht etwas Schliff. Und los. Augen aufs Ziel. Kommt mal her. Wir warten noch mal, bis die wieder weggehen. Schön schwer. Und los. Warte die noch mal weggehen, gehen wir mit dem Dock hoch. Ich bin ganz oben. Gut. In Ordnung. Woll doch mal sehen, was hier los ist. Normalerweise arbeite ich allein. Kann ich dann einfach, äh... Ja, mal gucken. Ich habe das richtige Werkzeug dabei. Bleibt die Patrouille. Können wir direkt alle niedermähen. Wenn ich mir das funkti- wenn das funktioniert. Ich will die Taschen hinwerfen, dass die alle hinlaufen und wir dann die Steine draufwerfen. Hat mir schon oft den Hals gerettet. Männer werden es finden. Ich verheimliche Nichtsmiss. Werfen wir den Krieg aus. Dann war gerne. Die Motte zum Licht. Hallo! Hahahaha! Er hat auch gelacht. Nicht stehen bleiben. Alter! Das war richtig gut. Sollen wir direkt zu ihr hoch, ja, ne? Kein Problem. Der Hinterhalt kam wie erwartet. Okay, wir machen erstmal die hier oben vielleicht platt. Ohohoho, kannst kaum erwarten. Dann sind die auch schon mal weg. Oh Scheiß, kommt in die Hand. Wo die Tresore sind. Ich- ich- ich weiß es nicht. Ben unterwegs. Sie genau hin. Komm mal her. Oh! Der hat's gesehen, aber... Ging doch mal gut. Den können wir da unten lassen. Schön schwer. Okay. Der hört das bestimmt, ne? Geld in diesem Zug transportiert. Wo ist es? Was müssen die sagen, Juni? Oh, da ist noch einer. Da. Ich glaub, die machen wir erstmal alle weg. Okay. Noch würde ich mir keine Sorgen machen. Gehen wir mal mit dem nach oben. Ah, das riecht nach Ärger. Den können wir mit der Tasche anlocken. Der geht dann da hin. Und... Weil der... Die Tasche hilft auf, äh, auf sich Kontakt. Während die Münze das nicht kann. Ich hab ein paar Treppen... Genau wie alt. Irgendwahr... Und schon kommt der... Ich hab' nichts heute Abend bezahlen. Presore! Welcher Waggon? Sag es mir! Schließe mir ins Gesicht! Ich glaube nicht, die Gericht ... So. Ich hab' da so'n Gefühl. Haha. Ah, ist das lustig! Hallo? Eine Gasfalle. Hm. Nicht schlecht. Wie öffnet man das Ding unbeschadet? Sieh' gar nicht, Mr. Cooper. Es sei denn, sie sind ich. Verdammt lang, der Zug. Okay. Meine Güte! Auf geht's! Rotzer Cut, da bin ich wieder. So. Komm in die Handlanger! Sag mir, wo die Tresore sind! Ich weiß es nicht, Miss! Ich schwöre! Das Messer reicht. Was gibt's? Kommen Sie mir nicht in die Dachswerk sehr schnell. Haha. Ah, dieses Geräusch, ne? Das kostet aber. So langsam verliere ich die Geduld. Bitte nicht! Nicht persönlich stehen müssen. Nutzlos! Das Geld ist in diesem Buch! Ich will... Hätt' die Klappe beginnen! Hätte ich den retten können? Das will ich jetzt mal gerne wissen. Hätte ich sie erschießen können? Bisschen zu weit geworfen, oder? Oh, ich schieße nicht daneben. An Dämpfer sind wir wohl vorbei. Wer braucht das schaffe ich allein? Vielen Dank. Kurzen Schmerz... Und los! Und ausführen! Eine Gasfalle? Nicht schlecht. Wie öffnet man das Ding unbescheidet? Sie gar nicht, Mr. Cooper. Es sei denn, Sie sind ich, Sonja. Ich weiß es nicht, Miss! Ich schwöre! Oh shit! Aber er hat immerhin überlebt! Noch! Weitersuchen! Wir müssen sie finden! Okay. Jetzt wird's knifflig. Hey, hallo! Okay, nochmal laden. Also, man kann ihn retten. Das wollen wir auch. Ja? Dann töten wir erstmal bis nach da oben, weil dann fängt sie erst an, ihn abzuknallen. Aber ich könnte sie doch bestimmt abstechen. Okay. Wir machen das jetzt. Ich muss da oben nochmal abspeichern dann. Hörnst du das? Versore! Welcher Waggon? Sag es mir! Sonst schieße ich dir ins Gesicht! Heftiger Raubzug ist mit dem Schmerz. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon Sie sprechen! Wer hat was zersteckt? Wie ein Gasfaller? Hm. Nicht schlecht. Wie öffnet man das Ding unbescheidet? Sie gar nicht, Mr. Cooper. Es sei denn, Sie sind ich. Hehe. So, okay. Was gibt's? Sag mir, wo die Tresore sind. Ich habe das Richtige. Ich weiß es nicht, Miss. Anwenden sind wir wohl vorbei. Braucht etwas Schliff. Quick Save. So, jetzt mal ganz schnell. Ich versuch das mal mit Abstechen, okay? Äh, mit Messer werfen. Oh, sie ist aber echt schnell, ne? Okay, ich versuch's mal schnell. Haha! Ah! Kein Problem. Haben Sie vielen, vielen Dank... Ach so, ja, hier ist... ...Pistole. Die alte und die neue. Na los. Use-Mode, ja. Kann man dann da mit Dynamit wahrscheinlich werfen. A oder S, okay. Kann wahrscheinlich alle mit wegbomben. Aber ein bisschen OP, oder? Kann ich die Pferde irgendwie lösen? Und wo soll das hinführen? Wir hatten unten noch Scharfschütze-Munition. Aber gut, das ist ja jetzt auch egal. Nicht stehen bleiben. Okay, erstmal du ins Gebüsch. Und wir uns ein paar Banditen. Ich hab die Mante angezündet. Besser schnell werfen. Halt um. Oh, die Arme lockt. Das hat sich voll bewegt. Zum Teufel! Schnappt sie euch! Ihr Gott verdammt! Sodass wir noch mehr Dynamit haben. Kommt sofort. Wir sehen uns. Achtung. Kommt sofort. Wir sollten uns eine sichere Stelle suchen. Geht klar. Boah, Alter. Was ist das da unten? Oh, das ist die andere Pistole. Dann warte mal. Schön cool bleiben. Das kostet aber. Meins. Meins. Verdammt Mann, der Zug. Wollen wir da? Das nehme ich. Ach, da ist noch einer. Sieh genau hin. Ist auch noch einer. Die Zähne. Okay. Wieder im Geschäft. Kurz und schmerzlos. Ich bin da. Überlassen sie das mir. Was gibt's? Vielleicht fliegen die. Die bin ich. Auf geht's. Jetzt haben wir alle. Halten sie sich raus. Ja, rett alle Zivilisten. Woo! Haben sie vielen, vielen Dank. Augen auf. Bin unterwegs. Oh, ist voll. Okay. Gut, das haben wir geschafft. Das hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Chapter, Leute. Soweit es hier vorbei ist mit dem. Ich denke, sie haben die David Company heute glücklich gemacht. Wie viel bekommen sie für den Job? Ich hoffe, sie erwarten keinen Anteil. Keine Sorge. Ich hab was ich brauch. Sie reisen anders weiter? Ich muss noch Zeit gut machen. Wie ich schon sagte. Ich hab eine Verabredung einzuhalten. Wie sie meinen. War gar nicht so übel mit ihnen zu arbeiten, McCoy. Klar. Falls sie mal einen Profi brauchen, wissen sie ja, wen sie holen können. Guten Tag, Mr. Cooper. Woo! Töte alle Vaniten mit... Oh, da hätten noch zwei gefehlt. Schade. Na gut. So, das war's aber jetzt. Haut rein, Leute. Wasp cuentische wird sie. Eskuchen. Musik. Aber wenn Sie dann schön kam. Wenn Sie sich gar nicht weiter approve sie an, dann geht sie... Wie correct? Untertitelung des ZDF, 2020